Hallihallo, ihr Menschen da draußen, willkommen zu diesem neuen Video. Dieses Mal wieder, wie ihr hören könnt, mit VoiceOver. Und ich habe mich entschieden, wir machen ein Zeig-mir-deine oder dein. Also, let's go! Als erstes wolltet ihr mein Make-up sehen. Das habe ich dann natürlich direkt für euch gemacht und mein ganzes Make-up, das ich dabei habe, ausgebreitet. Es handeln sich hier vor allem um Lidschattenpaletten und Lippenprodukte. Weil mein Everyday-Make-up, das ihr gleich sehen werdet, besteht nämlich aus einem Eyelinerstrich, Mascara und einem unterschiedlichen Lippenstift jeden Tag eigentlich. Ich liebe es einfach, es ist einfach, es geht schnell. Und wenn es ein bisschen fancier sein soll, habe ich hier zwei Lipgloss von Jade Cosmetics. Die glitzern nämlich sehr schön. Und ja, das kann man dann auf den Matten auch drauf machen. Und macht den ganzen Look dann etwas fancier. Als nächstes wolltet ihr meinen Kleiderschrank sehen. Der ist hier bei mir zu Hause wirklich riesig und proppvoll. Bis oben hin, ja, hier erstmal ein bisschen im Spiegel posieren und so. Aber ich habe wirklich sehr, sehr viele Sachen. Manche Sachen sind mir zu groß, manche zu klein. Aber egal, ich liebe Kleidung. Ja, ja, anscheinend auch. Denn ihr wolltet als allererstes mein schönstes Kleidungsstück sehen. Und das kam sogar öfter. Ich habe natürlich meinen ganzen Schrank mal ein bisschen um und rum geschoben. Und habe mich dazu entschieden, mein schönstes Kleidungsstück ist mein Dirndl. Ich liebe es und ich werde es niemals hergeben. Mein Lieblingsoutfit allerdings ist dieses Kleid. Das habe ich mir letztes Jahr im Italienurlaub neu gekauft. Eine Sache, die man natürlich nicht vergessen darf, war die Frage nach meinen Lieblingssocken. Ich habe tatsächlich Lieblingssocken. Das ist mir einfach erst aufgefallen, als ich das gelesen habe. Und zwar habe ich einmal diese hier. Das sind so Notensocken. Die habe ich von meiner Tante zu Ostern geschenkt bekommen. Und ich finde die so cool. Als nächstes habe ich dann Disneysocken. Für die, die es nicht wissen, ich bin ein riesiger Disneyfan. Also wirklich extrem. Und vor allem alles, was kuschelig ist, gehört an meine Füße. Ich liebe Kuschelsocken. Eine Sache, die auch ganz viele sehen wollen, waren meine Haargummis. Ihr wisst ja, ich liebe Invisibubble. Und ja, ich hatte einen im Haar, deswegen musste ich den erstmal rausmachen. Ich habe ganz, ganz viele. Die habe ich euch, beziehungsweise alle, die ich dabei hatte, habe ich euch jetzt mal gezeigt. Und gerade die Sprunchies haben es mir angetan. Ich bin echt inzwischen ein kleiner Sammler geworden. Und die normalen Invisibubble Haargummis besitze ich natürlich auch. Nutze diese meistens dann zum Sonnen oder zum Baden. Im Drehen der Frequenz ist mir erstmal aufgefallen, wie komisch meine Haare aussehen. Also schnell gekämmt, damit ich euch meine Musikinstrumente zeigen kann. Allerdings handelt es sich nur um die Gitarre, weil der Rest ist in Stuttgart. Dann ging es direkt weiter mit meiner CD-Sammlung. Ich muss sagen, ich habe vor ein paar Jahren echt extrem rausgemistet. Rausgemistet? Ausgemistet. Das sind wirklich nur noch meine Lieblings-CDs. Und da jemand anders gefragt hat, was war deine erste CD, habe ich die auch noch mal rausgesucht. So, das war dann also das Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Als erstes, das waren natürlich nicht alle Sachen. Ihr habt wirklich krass mitgemacht auf Instagram. Apropos, wenn ihr mir da noch nicht folgt, folgt mir gerne auf Instagram. Für den zweiten Teil, wenn ihr den haben wollt, lasst diesem Video einen Daumen nach oben da, schreibt mir in die Kommentare, was ihr gerne sehen wollt. Und ja, dann kommt das vielleicht ins nächste Video, sogar mit Namensnennung. Ich wünsche euch jetzt erstmal ein wunderschönes Wochenende und hoffentlich sehen wir uns auch nicht zur Woche Freitag wieder. Dafür abonnieren und die Glocke anschalten, damit ihr nichts mehr verpasst. Bye! Ich würde aufgefallen sein, dass auch in diesem Video keine Hintergrundmusik lief. Alle Infos dazu findet ihr unter Wichtig für aktuelle Videos, einem neuen Highlight-Button auf meinem Instagram-Profil. weil ihr es ja counting, wie ich es für euch im Puls name enorme, Also wir connections, wie wir inch Bookpulver sind,